Hallihallo meine Freunde, ich habe das Bild gesehen auf Facebook, habe das kurz downgeloadet, in mein Musikprogramm integriert. Mit diesem Ding kann ich Bilder hörbar machen. Nachdem ich ein paar Einstellungen geregelt habe, kommt das dabei raus. Viel Spaß, ich mache das Mikrofon stumm, damit ihr den Sound pur genießen könnt. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Im Moment. Bis zum nächsten Mal. Tja, so hört sich das Foto an, wenn man Bilder hörbar macht. Danke, das war's.